Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Beispiel Skate, den Hards Edition. Ja, wir sind wieder in Kerzenburg, das jetzt komplett aufgedeckt ist, inklusive der Kerzenburg selber. Ich finde es lustig, dass das Ding Kerzenburg heißt, weil eigentlich ist es ja eine richtige Festung, also richtig richtige Festung. Es liegt auf einer kleinen Halbinsel, hat einen äußeren Mauerring mit einem doppelten Torhaus, also einem verstärkten Torhaus vorne und einem Vorhof mit einem weiteren Torhaus. Hat er nochmal den inneren Verteidigungsring mit Torhaus und Torhaus und hat dann nochmal eine komplette Burg mit Tor. Ja, okay. Und sehr viele Türme. Naja, der Unterschied eigentlich zwischen einer Burg und einer Festung, wenn man es pingelig nimmt, ist das hier eine Burg. Also das, was Kerzenburg auch wirklich heißt. Weil es ist ein Gebäude mit Türmen und allem und Mauern zur Verteidigung. Und da gibt es noch die Festung. Das ist das Ganze drumherum. Also wenn es mehrere Mauern um mehrere Gebäude sind. Ja, gucken wir mal, wie wir hier alles treffen. Was sich hier so geändert hat. Also die Katzen sind fleißig mittlerweile. Hier ist ein Priester von Ogmar, übernommen. Es freut mich, dass ich jetzt euch Zeit genommen habe, dem weißen Ogmar Tribut zu zahlen. Ja, zeigt mal, was ihr für Weisheiten anzubieten habt. Also ihr habt Zeug zu verkaufen. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Treppchen gibt es auch immer noch. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr jemals wiederkommen würdet. Wie ist es denn da draußen? Das Ganze ist ziemlich unheimlich treppchen. Es steckt mehr hinter der Eiskrise als nur die Räuber, über die alle ständig reden. Es macht wirklich Spaß. Ich jedenfalls werde hier nicht viel länger bleiben. Ihr solltet mit mir kommen, wenn ich gehe. Einfach groß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe mein ganzes Leben innerhalb dieser Mauern verbracht. Und in letzter Zeit habe ich 50 Mal so viel gesehen, wie in diese Mauern hinein passen. Es ist schon eigenartig. Ja, dieser Platz ist kaum ein Buch darin. Ich habe mir nie klar gemacht, wie besonders Katzenburg eigentlich ist. Ja, ja, die Leute kommen von überall her, um sich Bücher anzusehen. Alle möglichen Leute. Baden, Edelleute, Priester, Zauberer. Bolo war sogar schon hier und Elminster auch. Vor ein paar Tagen kamen ein paar einfache alte Kaufleute angewandert. Sagten sie seinen Mitglied des Eisenthrons, dass die Mitglieder des Eisenthrons sein und geschäftlich hier wären. Soweit ich weiß, jetzt sehen wir noch hier. Priesterquartiere, wo wir den ersten Typen töten mussten. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Hier ist hier sein Priester des Augen, mal mit vielen Katzen. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Ihr habt mich vielleicht erschreckt, Kind. Was macht ihr mit der Katze? Es starb und ich studiere sie. Was gibt es da zu studieren? Das ist eine tote Katze. Die Knochen, die Muskulatur, die ganze Form, das Femmo, die Ohren sind, die Länge der Schnurrhaare, die Scharfe der Zähne. Ich muss es genau wissen, ihr Trottel. Jetzt lasst mich weitermachen. Aber warum wollt ihr das wissen oder sonst jemand? Wisst ihr euch überall einmischen? Aufdrehen ich es bei, vergesst es. Jetzt werde ich von euch eine Kostprobe nehmen und dann euer Todesfleisch studieren. Genau wie mit dieser Katze hier. Doppelgänger. Ein Doppelgänger hat heute versucht, mich umzubringen. Er hatte sich als ein alter Priester getan. Wo einer von ihnen ist, sind andere nicht weit. Ich weiß nicht mehr, wer von meinen Freunden noch echt ist und wer bereits ersetzt wurde. Oh, Magiebann. Ich habe so viele Zauberrollen, die ich so selten benutze. Mal sehen, ob das im Nullachsturm anders wird. So, mal sehen, wer im Wirtshaus jetzt noch alles so am Leben ist. Wie ihr wünscht. Hallo, Revo. Du warst ohne Erlaubnis weg, Soldat. Erwartest du dafür eine Vergebung? Vergiss es. Ich will 500 Liegestütze sehen. Und zwar sofort. Verdrieß dich auf widerliche Rattenmist. Da, das bist du. Ja, ich werde mich im Handel reden. Also, unser alter Spieß hier scheint immer noch derselbe zu sein. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Ah, da ist ja der Dunkel. Stell dich schon mal auf die Peitsche ein. Ich habe jeden Bolzen gezählt. Was? Nicht doch, Windhoff. Ich habe nichts getan. Windhoff, Bantamitz, Bolt. Hätte ich einen Pfeil für jeden dieser Streichel, die er mir ständig spielt, würde ich... Ach ja, ich weiß nicht. Ich würde jedenfalls eine Menge Pfeile haben. Gut, euch zu treffen, mein Freund. Ja, ja, hättest du... Hättest du mich ganz schnell aus dem Geschäft geworfen. Schön, dein kleines Koboldgesicht wieder zu sehen. Jetzt erzähl mal, was du in letzter Zeit so gemacht hast. Ich versuche schon eine Weile herauszufinden, wer hinter dieser Eisenkrise steckt. Eine Händler-Gilde namens Eisenthron ist irgendwie darin versteckt. Wisst ihr vielleicht etwas über sie? Ich habe es riskiert, Windhoff. Die Welt da draußen braucht ab und zu mal einen richtig dicken Trin in den Hintern. Meint ihr nicht? Nehmen wir das Erste. Ja, der Eisenthron. Es gibt wohl kein größeres und hinterhältigeres Handelskonsortium in allen westlichen Reichen. Wegen ihrer unehren Praktiken sind sie aus Kormier verbannt worden, aber dadurch sind sie nur noch schlimmer geworden. An deiner Stelle würde ich mich von denen fernhalten, wenn dir dein Leben lieb ist. Verkauft er irgendwas Neues Besonderes? Äh, nicht wirklich. Dann gucken wir mal, wie wir oben begegnen. Worum geht, wie ihr wünscht? Ja, in Ordnung. Ja, wie ihr wünscht. Sagt, es soll noch weitaus blutig sein. Wie kann ich dir nur zu fragen vorstellen können? Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Schlafende Personen. Niemand. Noch jemand, der schläft. Wieder niemand. 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 Okay. Ja, wie ihr wünscht. Gut. Wie ihr wünscht. Was mich nur gerade etwas stutzig macht. Ja, muss ich nicht mal gucken. Ich glaube, ein Buch war hier im Verlies von Kerzenburg. Aber so, wie es aussieht, habe ich schon jedes Buch einmal. Hallo, Hull. Wieder reinschlafen. Da ich dieses Gesicht noch einmal zu sehen bekommen hätte, hätte ich nicht gedacht. Als wir von Goren's Tod erfuhren, wollten Fuller und nicht die Leiche bergen, aber ihr wart nirgends zu finden. Ich weiß nicht, was euch in jeder Nacht widerfahren ist, aber Goren starb bei einem edlen Tod, als ich euch davor bewahrte. Was mir in jeder Nacht geschehen ist, ist immer noch ein Rätsel. Wir gerieten in eine Hinterhaltung, der sagte, ich soll rennen. Und das tat ich. Hab Dank geholt, dass ich euch um ihn gekümmert habe. Ich habe nicht die Mittel dazu. Eines Tages erzähle ich euch alles meinem Bierchen. Ich brauche eure Hilfe holen. Nehmen wir die eins. Gut, dass ihr das getan habt, Kind. Sonst könntet ihr heute nicht mit mir darüber reden. Es ist noch nie eine Schande gewesen, ab und zu wegzulaufen. So, Kaserne. Ihr dreht am Türklauf aus der Kaserne. Er tütert gegimpfte Stimme. Hau ab, du Affe. Okay, da kommen wir gar nicht rein. Aber in die Schlafbarack kommen wir. Oh, Brenno, ich habe gehört, ihr seid zurückgekommen, dass ihr zurückgekommen seid. Wäre es nicht in so finsteren Zeiten. In Kerzenburg baut sich etwas zusammen. Eine unausgesprochene Panik macht sich unter denen von uns breit, die diesen verhexten Hallen noch ihr Zuhause nennen. Ich flehe euch an, helft uns. Warum die Panik? Sag, was ist so schlimm? Die Wächter. Einige unter den Wächtern sind jetzt so merkwürdig. Und Leute, die ich seit Jahren kenne und liebe, gehen neuerdings in den Hallen ohne groß an mir vorbei. Ohne ihre kleinen, unbedeutenden Geschichten. Ohne Ausführungen über das, was sie gerade lesen. Erst dachte ich, es lege an mir, aber das stimmt nicht. Das liegt an ihnen. Ich sehe es an ihren Seiten blicken. Verachtung, Einversuch, Rehabilität, all das könnte ich verstehen, begreifen. Aber das ist nicht, was ich in ihren funkelnden Augen gesehen habe. Ich sage also einfach Hunger. Sch, niemand darf wissen, dass ich mit euch geredet habe. Ich hatte die ganze Zeit schon vermutet, dass Pada, der alte Leser, irgendwie einen sechsten Sinn hat. Und jetzt weiß ich, dass es stimmt. In seinem Inneren gelangte er zu den gleichen Erkenntnissen, für die ich einen Monat durch die Lande reisen musste. Irgendwas ist hier absolut falsch. Vor allem entlang der Schwertküste und dem Baldurstor. Gerade in diesem Moment, wo ich das hier niederschreibe, weiß ich genauso gut wie er. Dass dieses Falsche hier in Kerzenbuck lauert und den Ort mit seiner Anwesenheit besudelt. Ich muss das Übel ausrotten und das teuflische Unkraut verbrennen, bevor es sich ausbreiten kann. Ich werde mich im Handumdrehen aufzubringen und verschwinden. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Gut. Da können wir noch rein. Da müsste wir immer noch nicht rein können. Das war ja das Trainingsding. Und ja, ansonsten sind wir durch. Wie ihr für dich hätte zur Armee gehen sollen. Das gibt es doch nicht, wenn da nicht jemand eine Geschichte zu erzählen hat. Was habt ihr denn in der letzten Zeit dazu getrieben? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auf dem Heimweg einfach einen Umweg gemacht. Der freundliche Arm. Berikos. Naschke. Baldurstor. Ich habe mehr Kobolde getötet, als ihr euch vorstellen könnt. Hey, ihr könnt nicht zufällig ein paar alte rostige Kurzschwerter gebrauchen. Was? Ich habe nämlich Tonnen davon. Ich habe versucht, in dieser Eisenkrise auf den Grund zu gehen. Ich bin noch mal bei, die letzten Stückchen des Puzzles zusammenzusetzen. Aber der Eisenthron hatte auf jeden Fall seine Finger im Spiel. Der Eisenthron? Zwei von ihren Anführern sind gerade in der Hauptburg. Ihr wisst hoffentlich, was ihr tut. Denn Kerzenburg ist nicht der richtige Ort für falsche Entschuldigung. Hör zu. Warum tun wir nicht einfach so, als sei das Thema nie zur Sprache gekommen? Ja? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ihr habt jetzt vermutlich Wichtigeres zu tun. Wir können später über alte Zeiten reden. So, was ist mit dem Gelehrten hier hinten? Entschuldige mich, aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Hey, da kann ich jetzt jetzt zurück. Ich habe Berge von Geschirr zu spülen. Okay. Dann raus hier. Dann gehen wir einmal durch den Innenhof. Seid gegrüßt, ich bin Katterley, ein Besucher der Kerzenburg, genau wie ihr. Hi, Katterley. Seid gegrüßt, ich bin Katterley, ein Besucher der Kerzenburg, wie ihr selbst. Entschuldigt, wenn ich nicht so fröhlich bin, aber die Reise war lang und gefährlich. Und meine Arbeit fühle ich mich so viel älter. Darf ich euch noch einen Namen fragen? Ich bin sicher, dass ich euch schon mal gesehen habe. Aber wo genau, weiß ich nicht. Brennoyer ist mein Name, wenn es euch etwas angeht. Ich bin Brennoyer und seit vielen Jahren nenne ich diesen Ort mein Zuhause. Brennoyer, da kenne ich euch gut, obgleich ihr auch Schwierigkeiten haben mögt, euch zu erinnern. Ich war vor Jahren zum ersten Mal hier und habe mit eurem Ziehvater gesprochen, während ihr an eurem Frichten nachgegangen seid. Ich bin eigentlich nicht viel älter als ihr. Bestimmt könnt ihr es schon nicht mehr hören und sozillige Leute haben euch das selbe erzählt. Aber Gorion war mir wohl bekannt. Sein Tod wurde von vielen betraut. Ich möchte dich näher auf seinen Tod eingeben. Mein Leben geht weiter, obwohl ich die Erinnerung kriege. Sein Tod ist Vergangenheit und das wird auch so bleiben. Ich bin mein eigener Herr und ich habe meine eigenen Sorgen. Ich habe Mitleid erfahren von mancher einer Person, die ich vorher nicht kannte. Wer war er, dass er solche Bewunderung weckte? Es handelt sich hierbei nicht nur um einfachen Respekt. Gorion hat meinem Volk zu manchen Gefallen getan. Als ich zum letzten Mal mit ihm gesprochen habe, kannte ich seine Kollegen selbst kaum, doch die Hafener beschränkten sich gerne auf ihr eigenes Umfeld. Nachdem, was ich gehört habe, war er ein langjähriges Mitglied. Euch hat er wahrscheinlich nichts gesagt, weil er euch eine möglichst normale Kindheit verschaffen wollte. Ich nehme an, dass sich das alle Eltern wünschen, ob es sich dabei nur um ihr Kind handelt oder nicht. Ich habe aber noch niemanden getroffen, der mir gesagt hätte, er hätte es auch erreicht. Wie steht es bei euch? So gut wie man erwarten kann, obwohl ich viel über mich erfahren habe, dass vielleicht lieber verborgen geblieben wäre. So gerne ich ihn total so fortsetzen würde, ich muss mich wichtiger umzuwenden. Vergebt mir doch, ich muss gehen. Nehmen wir das Erste.